das ist mein Lüfter aha dein Lüfter für dein Zimmer vielleicht schon ein paar Aare trocknen? brauchst du so großen? alter Schwede ich dachte immer die Frauen brauchen so großen Lüfter so großen er will aber nein da verbraucht es da wohl eher du solltet das andere sagt ja so erheblich etwas anderes das ist die Strecke so wichtig die Strecke die Strecke das war so aber mit dem Schätzchen jetzt ist Ende auch schon da mal Reiko das Ende ich bin kein einziges Mal mit dem Schätzchen Doch du bist gerade rum geflogen, siehs Ende. Ich wohne es dir. Du musst mal meine Parts angucken von Black Ops 3. Bei dem kommt mindestens vier oder fünf Mal hörst du Eiswald. Eiswald, Eiswald oder Eisbaum, was weiß ich. Die letzten drei Folgen hörst du immer dasselbe Wort. Jetzt kannst du überspringen, wenn willst. Kannst? Oliver, du musst gedrückt halten. Kann er nicht. Abba, siehst neue Missionen, gib her. Gib doch her jetzt. Nein. Alter, ich will jetzt auch mal was Gutes machen. Ja gut, dann mach halt, wirst eh untergehen. Ich find schon mal gut an. Ich sag dir, wenn du umkommst, dann komm ich noch nicht. Ja, die wollen schon wieder alle Black Ops zucken gehen. Wir waren noch keine. Nein, nein. Schön. Platz 1. Fünfergruppe. Auf gehts. Ab in den Storen. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, das glaube ich, das ist ganz am Anfang. Ah, ja, ja, genau. Oh, jetzt geht's ab. Oliver darf nicht da spielen. Juhu. Oh. Wenn willst du, kannst spielen. Olivier. Willst du schon spielen? Ich mach kurz Pause. Also Dominik spielt jetzt. Ich übernehme Sonny Styles Gaming. Oh, was hat der jetzt wieder gemacht, wenn der einsteckt? Oje. Läge eins. Na und? Also jetzt ist der Dominik oben. Hallo. Kann ich bewegen? Ja, ja, ich kann nicken. Ja, kann ich auch. Wo ist der Nicky? Nein, ich nehme mich, oder? Nein, wir sind nicht ein, ein, ähm. Erbinden. Wir müssen also nur das Licht einschalten. Feier. Feier in der Hole. Eisi Info. Oh Gott. Lauf, Junge, das Flugzeug kommt. Wehe, du bringst mein Account wieder mal zum Sterben. Mein Charakter, dann bringe ich nicht um. Ich schieß auf sich drauf, Junge. Ja, dann mach es. Da, wo ist er denn? Was sollte das denn? Christoph ist ein schwanger. Wer hat nicht geflasht? Du kannst mich nicht mehr schlafen. Na, nein, du kannst du nicht mehr schlafen. Ah, ja, du hast ihn geflasht. Ich habe dann aber auch ein paar Tage im Leben. Ich habe dir die Foto von mir angefangen. Ich habe dir die Foto von mir, ich habe mich nicht. Ich habe mir gezeigt, dass du meine Miriam' vieles fühlen. mir nicht. Die Hater würden ganz egal sein. Oh, kommt da, Hendwix, mach mal deine Beine jetzt stark. Mach steif jetzt, komm jetzt. Auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Das sieht so aus. Ihr rennt runter und er so. Hendwix, ich laber, mach die Tür auf. Wie so ein alter Opa. Mach sie auf. Mach sie auf. Nicht doof. Mach sie auf. Ja, einfach eine Termine. Alles klar. Ich renne halt mal durch. Ich kann nicht schießen. Das ist normal, als der Anfang. Vielleicht muss man am Anfang nichts machen. Nur ab da unten kommt, glaube ich, doch eine Sequenze. Mal, mal, ich bin mal zu dem. Ciao, Leute. Wir gehen Urlaub. Wollt ihr mit? Da gibt's schöne Weiber. Ach so, da gibt's schöne Weiber. Hallo. Messer im Ohr, Taubenuss. Und tschüss. Mann floggt da nicht. Das ist super, ich weiß, was lustig ist. Hendwix, du hast eine schöne Waffe an der Brust. Mama auf hier. Die Brust einörtern, drankleben und losballern. Mach's auf der Toilette nicht hier. Mach's auf der Toilette nicht hier. Hendwix, Mama, deine Beine steif und bewegt dein Arsch hierher. Schwingt die Hupa. Willst du Action-Reich mal rein? Hendwix, Alter, komm, wir rennen mal vor, Hendwix ist ne Oma. Aber ich fäng an, das schau dich mal an. Ja, ja, ja. Ey, ihr müsst euch mal gucken. Hallo, 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 wir sind hier. Hallo, 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 wir sind hier. Maloka. Maloka, okay, wir nehmen hier eine aus Jamaika. Damit. Ja, mein Kaner. Mach auf jetzt. Oleg, mal die Stimme. Hendwix, nicht Stunden. Oh yeah, Hendwix die geile Sau. Jetzt geht's wieder. Skil on no life. Heck mal, Junge. Heck. Hop Gaming, mach mal hier. Gaming. Hendwix, beide. Mach mal, ich stehe. Die Oma kommt gleich. Er müsste eine Zuschreiung bedingt. Da man kann nicht genug. Oh, guck mal, ich kann auch mal. Ich rede ja jetzt aus so leise und der erkennt es. Haha, ich darf fecken so nicht. Ist dummisch halt, wenn ich lache und die Luft ist wegzukriegen. Die Stimme wird dann so richtig hoch. Aha. Hier können wir die Karten buchen. Bis die Tür in die Tür aufgebrochen. Hier ist einer vor Verzweifelt auf Maloka, hockt und sagt, oh nein, Tsunami-Welle. Weiter. Der wird geschlagen auf Maloka. Alter, ich guck mal, der guckt, da ist der Jamaikana. Da ist der Jamaikaner, der schlägt ihn gerade zusammen. Sag ich, der sagt, warum... Die ist der Jamaikaner. Weißt du, warum er geschlagen wird? Ah. Trink, trink, trink. Trink, trink. Genug Delfinwasser. Maloka ist hübsch. Seht ihr? So geht das ja alles. Maloka im Krieg 2061. Guck mal, das sind alles Neger. Ich will nicht das Wort N sagen, eigentlich. Ich hab's schon gerade gesagt. Ja, ich hab's gesagt. Das war jetzt nicht mit Absicht. Da ist unser Freund. Hallo. No racist. Aua. Kannst aber nur einmal pro Ding. Aua. Das tut's. Aua. Aua. Er kann zurück weiter gehen. Aua. Schrei doch nicht, ey. Du übersteuerst gerade bei ihm. Ey, wo ist denn das Bild, wenn du siehst das Bild? Gerade auf rot. Fall praktisch, dass du die Stimme hochmachen kannst. Ich hab's gesehen, ich bin zwölfjähriger. Aua. Komm, dann ist immer mal wie so. Deine Stimme machen wie wie siebzehnjähriger meine wie zwölf. Du bist auch zwölf oder vielleicht siebzehn. Keißer weiß. Aua. Aua. Ich kann nicht mal weg hier. Ach, die Kräger raus. Das mache so. Ja, 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 ja. Ja, gut, den Finger zeigt drauf. Ja, hier, guck mal, hier ist der. Der Jamaikan. Oh, legt die Stimme. Du überspannt aber auch meiste Zeit. Wir mussten uns beeilen. Ich will ja nichts sagen. Okay, es geht weiter. Endwegs, mach jetzt mal schneller auf hier. Nein, nicht reden. Mach auf. Mach auf. Mein Zwilling. Ich will dich nicht knutschen. Mach auf jetzt. Das willst du nicht erleben. Das willst du nicht erleben. Au, au, au. Achso, jetzt kann ich schießen. Kido. Haha, alle drei. Hehe. Ich muss mal gucken, dass er wie der Benutzer eins mal weglöschen kann oder so. Das nervt ein bisschen. Ja. Was ist denn gar nicht? Oh, wo habe ich die hingeworfen? Ach, da man. Ja, die Granate hat jemand getroffen. Ja, meine flashlight. Ich sehe jetzt schon, ich sehe jetzt schon ein Abonnent vom Razer Pro Gaming, ob er auch PS4 hat. Ich bin schon vorne. Was ist mit euch los, ihr Lamenten? Ich weiß nicht. Oh, jetzt schau siehst du. Ich treffe wohl den Kopf hier. Hast du's den? Hast du's den? Hast du's den? Huda, 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 huda. Ich glaube, so oft will ich das nicht machen, du bist halt bald ein bisschen rot geworden. By the way. By the way. Auf geht's, ich brech die Tür ein. Aber mach das. Hey, ich werde sterben. Nein. Hahaha. Er bringt mich um hier. Er bringt extra mein Charakter hier um. Guck mal. Na, meine Nüdie. Ich verstehe jetzt da so sequenzen. Hallo. Dein Charakter stirbt nicht meiner. Hallo. Hallo, Herr Bischop. Hallo. Na, meine Nüdie. Jesus Gott, ja. Oh, Daddy Bear, Daddy Bear. Hallo. Ich bin grad ein Charakter, aber Jungs. Ach, der stirbt, der stirbt da ganz gemütlich. Ich klicke. Ah, hey, hey, hey. Der Bischop darfst du töten. Ich hab Bischop getroffen. Oh, oh. Hast du Glück? Au. Na, meine Nüdie. Ach, der ist tot. Ja. Okay. Ich bring mich auch rum, komm. Hallo. Hallo, Bischop. Hallo, Bischop. Das finde ich zum Beispiel gut. Sobald, wenn er stirbt, ne, muss er anfangs Waffen nehmen. Nein. Tür kann nicht geöffnet werden. Hopp. Ah, meine Nüdie. Was ich jetzt zum Beispiel asychron finde. Hallo. Das finde ich total asychron. Guck mal. Guck mal, mein Kumpel. Da dingt. Da dingt. Da ollie kann ich nicht so zugucken, ne. Weißt du, was scheiße ist? Uns werden die Arme ausgerissen später. Spoiler Alarm. Dieses Bild wird wieder deine Albträume sein. Spoiler Alarm. Ich geh jetzt. Ab nach Malokka. Mich stört drüber. Mich stört's sowieso. Das hat mir sowieso Kampagne schon durchgezogen. Der wäre schmutzig. Hallo. Also du bist schon wieder hier. Was machst du hier? Hau ab. Ich bin einst dort. Ihr seid gerade lauter wie's Game selber. Ab uns überstreckt ihr, dass ihr im rote Bereich schon sind. Hallo. 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 Was willst du jetzt? Komm, wir sind wir Borderlands. Wir müssen uns gegenseitig machen. Na ja, mach doch schon auf. Und da ja, mach ja. Die Slowmotion war's nicht. Free City, let's go. Joos�服. Ball полigieren. Ich hab authSA. Geht es doch. Alle tun kann ich nicht mal nehmen. Kann ich die Waffe noch nichtmal nehmen. everything ist fake. свет das長ig. ich konnte dich opponents nicht gratulieren. Through the slot. Na ja voll hintenой cái. extractiv ca. Marc bayern wo man es nicht erhofft. Auf der Bridge. Er schreibt zweite Waffe. Auf der Bridge. Auf der Bridge. Auf der Bridge, da ist der Bitch. Ich habe mir ein Bein getroffen. Jawoll. Aber ich kann nichts garantieren, ob es gut ankommt. Schießt auch, wenn die kommen. Das ist gut, dass überall postet da. Das ist mir egal. Twitter, Facebook und so weiter. Ich finde es voll cool, dass du Stimme und so was verhindern kannst. Danke. Du kannst die Stimme so hochhauen. Oder auch so tief. Er kommt drauf an, die Weite vom Membraner entfernt bist. Sollte aber halt auch noch Menschen. Oh, die Lokos ist eigentlich ganz cool. Nee, du bleibst draußen. Sag ich ja. Okay, dann gehe ich halt drauf. Nein, gehe nicht raus. Ich habe das schon gern genommen. Goll. Du stehst, ich bin in der Luft gestanden. Spielback. Nein, Racer Pro, gerade große. Guck mal. Ich fliege jetzt nach oben. Ich will nicht. Oh nein, jetzt können wir nicht mehr springen. Nur wegen hier, weil du gesprungen bist. Guck mal, das Lichter. Hallo. 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 Juhu. Hendrix. Hey, Baby. Oh, Taylor. Die geile Zeros. Wie steht das jetzt für eine Stimme? Das ist Tom Taylor. Phil Taylor. Das ist nicht real. Ich erwähnte, dass ich Taylor 2065. Ah, 2065 war es auch mal locker. Phil Taylor. Aber das wird weiter. Was ich sowieso verstehe. bei Manzen. Spielen. Endwegs. Ich laufe. Nie. Sehr selten bei 2000. Guck mal mich an. Guck mal mich an. Kontrolle. Oder was hat denn das jetzt gerade. Irritierend. Okay. Das war, das war. Der Zombie, der war auch ein bisschen verwertet. Erstmal am. Der am Oli vorbei Club und laufe. Sie waren zerröbel. jetzt. Einen maximize er in zwei Mitgliedern. Ich hab's gesagt. Vornehm bin ich wegenss tracksort. Nein. Hupen muss man sind gestorben. Ich weiß es nicht, wenn man es soll. Da konnte ich nicht Ste fiddle alex erd with me Hupenampf ist mir dann richtig Dontel. Es ist. Das ist. coffee shop. Und jetzt? Einen sehen wir auch. Wir sehen. okay okay die Charakter hatte die 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 noch was ist gut in die sie ist auch was wir sagen was wir auch wissen zwillinge und haben die selbe Waffe noch über das gilt auch nur ohne ich als ob du für das ist es nicht so aus ich renne raus hier wenn ich am ersten an das gilt oder euer geschehen was soll jetzt wort man das war das wieder ich hab mal ein paar das gelöscht eingelöst habe ich gesagt was gelöscht gesagt und wir sind die meisten meister schützen